Dieser Hund geht einfach mir nichts, dir nichts etwas spazieren, als hinter ihm plötzlich Motorgeräusche lauter werden. Er merkt sofort, gleich passiert was und fängt an zu laufen. Das war aber haarscharf. Unfassbar, wie viel Glück der kleine Vierbeiner hat. Da ist er nochmal mit seinem Leben davongekommen. Und das scheint er auch zu wissen. Obwohl die Gefahr vorbei ist, rennt er weiter um sein Leben. Zweimal hat man sicher nicht so ein Glück.